Wir haben auch ein Mandolinespiel. Und zwar ist der Mandolinespieler hier gerade hinter mir. Da wir ihn gerade dabei haben lassen, dass wir ein Mandolinespiel spielen. Das ist so eine Mandoline, das weiß jeder, oder? Die erste komische, getrocknete Eichhörnchen sagen wir mal dazu. Weiß das hier auch? Eichhörnchen? Oder ein Katz oder sowas? Wie sagt man dazu? Oder Elefant? Oder so? Gut, der spielt uns ein Stück, auch ich habe vergessen den Namen zu sagen, Samuel Hain auf der Mandoline. Herzlichen Applaus. Der spielt uns ein Stück, das so richtig abgeht, das heißt Date Break in Dixie. Dixie ist bei uns in Norddeutschland eine mobile Toilette. Das heißt hier anders, gell? Also, das ist so, wie man eine Großfamilie hat, das ist bei den Hains der Fall. Und morgens um halb sieben geht es ein bisschen hektisch zu Day Break in Dixie. Das geht sehr schnell. Bitte sehr, Sam Hain auf dem Dixie. Do左 ist mit Dixie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.